Musik Willkommen im Seminarhaus Shanti Veranstaltungsort, Begegnungsstätte, Oase für Frieden und Transformation Musik Als Teil des größten Yoga-Ashrams außerhalb Indiens bieten wir außergewöhnlich gute Bedingungen Mit freundlicher Betreuung für Gruppen von 5 bis 300 Personen Wissen vermitteln, diskutieren, spielerisch experimentieren Zehn Seminarräume Immer ein passender Rahmen Musik Ich war relativ überrascht, was das für ein großer Komplex ist und dann war einfach klar, was das für ein Potenzial bietet Also was alles schon da ist Wenn man was veranstalten möchte Wo muss man sich um Verpflegung kümmern Um die Unterkunft, um die Räume, um die Technik und so weiter Und hier war alles an einem Ort, in einem schönen Setting Und dazu kam, dass die Gastgruppenbetreuung es wirklich so einfach gemacht hat, hier was anzubieten Es ist easy zu arbeiten mit den Staffen, hier Jeder ist so accommodating, so helpful und kind Having Yoga-Satana in eine Sattwick place ist fantastisch Surrounded by nature Es gibt so viele Plätze zu gehen Und wir haben die Sonne und unsere Breaks Und es ist wirklich ein Highlighter, dass ein place unterstützt Vegans so well Wir haben durch den Feilung Seminarhaus Shanti entdeckt Und vor ein paar Jahren Dann waren wir hergekommen Und wir fühlen uns wirklich hier sehr gut Sehr guter Service Auch die Organisation Alles ist wunderbar Ich habe jetzt zum letzten 3 Jahre hergekommen Und ich habe meine Trainingprogramme, unsere Konferenzen jedes Jahr Ich denke, Yoga-Vidya ist ein tolles Ort Ich bin ein tolles Ort Und ich habe immer noch einen tollen Ort Ich bin ein tolles Ort Und ich bin ein tolles Ort Ich bin ein tolles Ort Und ich bin ein tolles Ort Wir lieben die Hospitalität Und die Essen sind fantastisch Die Zimmern sind großartig Und wir wollen wieder zurückkommen Das Seminarhaus liegt im Teutoburger Wald Im Kurstädtchen Bad Meinberg Ganz in der Nähe die Externsteine Naturwunder und keltischer Kraftort Hier hat sich der Yoga-Vidya e.V. angesiedelt Zu dem das Haus Shanti gehört Früher Kurklinik Heute Gästehaus für bis zu 500 Gäste Ort für Gesundheit, Entspannung und Spiritualität Natürlich auch ohne Yoga Dafür mit voller Ausstattung Bestuhlt, Sitzkreis, Matten Mit Flipcharts, Beamer, Soundanlage Für alles ist gesorgt 10 Seminarräume von 25 bis 285 Quadratmetern Und dazu die Lehrküche Für Kochseminare und spezielle Verpflegung Vegetarisches und veganes Bio-Essen Gehört für alle dazu Als Halb- oder Vollpension Ebenso eine Gratis-Yoga-Stunde Auch das Drumherum stimmt Die Zimmer Einfach und bequem Von Einzelzimmer bis Schlafsaal ist alles machbar Auch Zelt Oder Wohnmobil Ebenfalls auf dem Gelände Ayurveda-Oase Schwimmbad Fitness- und Reha-Bereich Sauna Und die Yoga-Boutique Das Haus eignet sich für alle, die in achtsamer Atmosphäre lehren und lernen möchten Zum Beispiel Vereine, Kongressveranstalter, Ausbilder, Trainer und Coaches oder spirituelle Gemeinschaften Praktisch für Veranstalterinnen und Veranstalter? Die Einbuchung der Seminargäste ist ganz flexibel Entweder meldest du sie gesammelt bei uns an oder sie buchen sich für Unterkunft und Verpflegung eigenständig ein In diesem Fall brauchst du nur deine Seminargebühr mit ihnen abzurechnen Um den Rest kümmern wir uns Die günstigen Preise enthalten Unterkunft und Verpflegung für dich und deine Gruppe Dein Seminarraum ist kostenlos Und wenn deine Gastgruppe groß genug ist, bekommst du deine eigene Übernachtung sogar gratis Hast du noch Fragen? Melde dich gerne bei uns Alle Infos auch online Bis bald im Seminarhaus Shanti Wir freuen uns auf dich und deine Gruppe Die ersten Workshops beginnen, die erste gemeinsame Veranstaltung und das ist direkt sozusagen ein Puls, der spürbar wird oder erfahrbar wird Und das dehnte sich immer weiter aus über den Zeitraum des Events und endete einfach mit einer großen Umarmung eigentlich Ein großes Gefühl von Dankbarkeit Schöne Chöne Böden 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 Untertitelung des ZDF, 2020